einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde herzlich willkommen zu diesem neuen video ein wunderschöner sonniger tag vor allem ein bisschen fast so bisschen wie kalifornien vibes ja los angeles aber nur mit dem wetter wenn ich glaub mir das nur mit dem wetter als vergleich freunde wir sind in berlin-neu-köln auf geht's yes six all in the mix und herzlich willkommen zu einem video freunde jetzt erstmal daumen nach oben als special guest wieder hier kam pinski am start ja auch in der titel beschreibung verlinkt und auch in der infobox was geht ab heute zeige ich dir mal was richtig cooles was sagst du ist sehr schön gibt es bei uns auch in bayern plattenbauten aber es ist für mich echt interessant zu sehen also nicht jetzt weil ich bin ja dazugezogen nach berlin auch jetzt mal hier neukölln zu sehen ich will auch mal nach manzahn alles mal zu sehen so ist cool du bist im rudo neukölln lippsch ist erleben tiefsten neukölln neukölln rudo deswegen überlege ich mir auch auf uns ein video zu machen wir haben es gleichzeitig zu trocken ich weiß nicht ob ich schaffe ja weil ich bin immer noch auf der auf der findungsphase mit meinem zweitkanal ich dort machen soll ich habe so viele mexikovideos aber ich glaube das wird echt sehr interessant sein für dich komm lass uns mal gucken wie die hochaufsichtung hier aussehen vielleicht kommen wir da mal rein ja lass uns mal gehen ja lass uns mal gucken ja für kammer ist es immer sehr gut weil normalerweise als tourist kommst du eigentlich auch nicht kommst du nicht rein ja und du kommst ja eigentlich auch nicht her aber ich zeig dir so ein bisschen was hier so abgeht ich hab ja gesagt im sommer werde ich noch mal herkommen freunde und das ganze für euch durchziehen jetzt sind wir hier es ist sommer t-shirt wetter wir sind ich weiß nicht wo wir gerade sind 36 oder und ja genau dankeschön 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 reserviert der tipp der tipp einfach einfach rein hier fahrstuhl und ja was soll ich sagen wir gehen jetzt einfach mal auf die höchste platte und ja vielleicht kommt auch der kollega ja fahrstuhl außer betrieb nein achte etage ich bin wirklich gespannt wir sind gleich mittendrin und schauen uns das an wie hoch geht das hier zwölfte etage krass man kennen wir gar nicht im zählendorf telt doch das ans klein doch ja ja ich weiß man briefkästen aber eigentlich ist super sauber ist jetzt nicht wirklich dreckig oder so schau dich das an eigentlich alles sauber hier berlin der kölnpfanne rudo zwischen rudo und köln eigentlich tiefste der köln hier so jetzt ist ein one take und der fahrstuhl kommt gar nicht alter jemand hält ihn fest in der köln haben wir damals mal so gemacht mal sehen wie es von oben aussieht zwölfter dreizehnter stock zwölfter stock und ja freunde das ist der wie gesagt bonus relativ sauber im vergleich zum grenzallee oder irgendwo am hämmerplatz in den fluren ist dort natürlich alles ein bisschen dreckiger und was soll ich sagen schon jetzt gehen wir rein die kamera auf uns gerichtet die gehen natürlich auf die höchste ebene die zwölf und ja bist gespannt so die aussicht so ein bisschen über die aussicht ist natürlich geil schon wohnschutz gemacht ja nach viko dann von 30 stock zwikawa dann ist das weit von dir die leute sind auf jeden fall gut drauf hier ja heftig die leute sind auf jeden fall gut drauf hier sehr sehr nette leute ja bros auf jeden fall geil für mich auch mal einzubringen wir sind jetzt hier also das ist rudo ja neukölln 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 eigentlich neukölln 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 In der Ecke aus Berlin, wie wir es damals so waren, ja? Wie war es damals gewesen, wo ihr einfach mal rüber schauen konntet, dann seht ihr, bis da aus Berlin. Boah, würdet ihr euch wagen, hier so rüber zu springen? Guckt euch das an, weil wenn ihr verkackt, seid ihr richtig am Arsch. Ah, wie süß, eine Katze, wie geht's hier? Na? Na? Wie tief geht's noch runter? Wer von euch hat Höhenangst? Ja. Also ihr wollt hier nicht runterfallen, Alter, ja? Ich hab grad gesagt, den Zuschauern, Bro, Kambert, was ist, wenn du versuchst, hier rüber zu springen? Was sagst du? Ich meine, wenn du hier einen Fehler machst, bist du weg, oder? Ja, es gibt ja auch so ein paar cool Leute, oder? Aber das ist schon krass, also ich finde, ich weiß es nicht, ob ich hier weg habe, aber ich finde es ehrlich gesagt schlecht. Das ist nicht so weit, das könnte man schaffen, aber niemals. Ich bin kein Parcourtyp. Krass. Du kannst morgens Profit trinken, Digga, mit nem Stuhl so, weißt du? Ja, das ist halt richtig geil. Die ist so insett mit Stuhl und der Pfeife. Muss man halt den meisten. Shicharau. Wenn das Gebäude hier weg ist, hätte man noch mal so richtig... Heftiger Ort, Digga. Heftiger Ort. Schau mal. Ist Berlin Mitte da? Oh. Der Mann hat ja gesagt, zwei Stationen gibt's noch höhere Gebäude. 36 Meter und so. Ey, Stockwerke. Das Handy, das ist echt heftig. Das ist irgendwas kaputt, Alter. Schau mal. Genau, jetzt funktioniert es. Handy geht von alleine aus. Ich film mich heute mit einer anderen Kamera. Das Update ist scheiße. iPhone hat ein neues Update rausgebracht. Apple iOS 15,5 und dadurch stürzt das Handy immer ab. Ihr seht gerade, ich filme gerade mit einer Kamera, mit einem weitwenkeligen Kamera. Mit einer Action Cam. Wie finde ich die Qualität besser als iPhone? Ich glaube, es ist selber eigentlich, oder? Man ist echt auf der kleinen Höhe mit den Filmen geschaut. Krass, ne? Ja, ja. Da kannst du halt wirklich sehr geile Musikvideos aufzählen, ne? Wenn ich überlegst halt, kann man wirklich sehr geile Musikvideos aufzählen. Das machen sehr viele, guck mal da. Leute, die sich hinsetzen auf den, keine Ahnung, neunten Stock. Und machen hier Dinge so. Entspannend. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. So ein Stühlchen, zwei Stühlchen, eine kleine Terrasse so auf dem Balkon. Da haben ein paar Blumen angepflanzt oder was. Jetzt geht's. Unter, da unter ist Wäsche, bisschen Sofa, bisschen Kissen. Heftig, Dicker. Ist halt wirklich Oldschool, Altbau. Hey, wir haben Besuch, Bro. Wir haben einen Freund. Haben wir eine Katze hier, ne? Eine Katze, ja. Was genau? Siehst du irgendwie durch die Spiele, dass da jemand drin ist oder so? Ne, war? Ist da jemand drin? Jemand anders drin? Ne, war? Ne, ich seh gerade nicht, dass jemand da ist. Aber kann sein, dass jemand dort oder so, ne? Ja, schön da dran. Das wollte ich halt machen, bitte. Deswegen bin ich mit Ihnen jetzt hier hergegangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alleine bin oder hingehen würde und hoch. Und zu zweit ist das halt immer geiler. Deswegen ist es cool, dass wir mal zu zweit so ein Video machen, einfach mal so was zu zeigen. Wie leben die Leute in meinem Haus, ne? Ist schon richtig das ganze. Bro, wenn du hier fällst, Digga, bist du platt. Bro, hält an. Bei mir auch. Ja, das ist der Update. Das ist der neue Update. Scheiß iPhone. Ja, wollen wir runter? Das war geil, oder? Ja, war geil, ne? War heftig, Digga, was hier in der Aussicht ist. Wow. Stell dir mal vor, hier von der Drohne, mit der Drohne aus. Bam. Zurück. Das wäre auch interessant. Scheiße. Ich habe keinen Akku mehr. Ja, aber Drohne hast du ja schon welche gemacht. Ja, aber schon vor du bist in so einem Hochhaus. Und dann fliegt die Drohne raus. Ja, ist viel geiler. Und wir sind oben. Das machen wir das nächste Mal, Frage. Ja, Leute, soweit. Mein Kanal ist noch nicht monetarisiert. Mit Drohne gibt es hier noch nichts. Ja? Aber das nächste Mal gerne. Boah, sehr gerne. Übrigens, diese ganzen Plattenbauten hier, die ganzen Hochraussiedlungen hier. Damals, nach dem Krieg, nach 1945, so in Richtung 58, so 52, 58, knapp 60er Jahre, kamen damals die Migranten aus Italien und der Türkei. Haben das hier im Osten, im Westen und als auch im Osten damals auch mit den Trümmerfrauen aufgebaut. Aber eher im Westen. Im Osten haben sie dann irgendwie mit den eigenen Leuten da. Ich weiß nicht. Da kenne ich mich mal gut aus. Wenn dann Ost-Berlin sind, da kenne ich mich nicht gut aus. Mein Ding ist halt wirklich so, hier die Geschichte von Ost-Berlin oder allgemein DDR. Lass mich wissen. Ich komme nicht von da, aber ich sehe mich sehr lecker. Aber schon heftig. Also die Trümmerfrauen haben hier auch ihr Werk hinterlassen. Bloß ich meine, auch damals wirklich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ersten Migranten kamen, Gastarbeiter. Das habe ich jetzt auch mal vorher erkundigt. Ich mache jetzt nicht nur einfach Freestyle. Wer das hier aufgebaut hat, ne? Mit den Trümmerfrauen waren das hier mit die Italiener und die Türken. Die ersten mit aufgebaut haben. Genau, ja. Aber ansonsten davor, die ersten 10, 15 Jahre waren das die Trümmerfrauen. Überleg mal, die haben alles hier gemacht, Digga. Wie krank, Digga. Frauen, ja. Weil die ganzen Männer ja leider verstorben waren. Ja, aber so Häuser müsste es eigentlich mehr geben, finde ich. Also meinst du persönlich. Logischerweise waren alle mehr als die Hälfte der Männer tot, wenn damals. Weil so Häuser, für meine Mann, muss es echt mehr geben. Also nicht jetzt irgendwie neue Bauten, wie die jetzt hier ein Friedeshahn machen, wo überteuert sind, sondern die Häuser sind jetzt ja auch nicht so, die Wohnung sind nicht zu teuer halt, weißt du? Sozialer Wohnungsbau ist echt wichtig, dass jeder halt leben kann, weißt du? Weil die wird immer teurer und ich finde es echt geil. Na, diese Gebäude waren ja damals eigentlich für die Migranten, für die Gastarbeiter. Für die Gastarbeiter, ja. Damit die alle schön in den eigenen Blocks leben. Und so wirklich so einzelne Wohnungen an sich. Es sind ja auch einzelne Wohnungen bloß. Aber ich finde das Konzept ist cool auch für jeden heutzutage. Weil halt einfach, es ist halt wirklich schwer eine Wohnung zu bekommen mit Berlin. Und wenn es mehr solche Gegend, äh, gehen würde, wie hier jetzt, dann wäre halt die Wohnungsproblematischer als, ja. Ja, und vor allem hier halt so, weißt du? Und vor allem hier in diesen Gebäuden kriegst du ja auch jetzt keine Wohnung mehr unter 500. Ja, ich weiß, das ist so schwer. Ist auch nicht mehr billig. Eine Wohnung in Berlin zu finden ist richtig schwer. Ja, ja. Du musst dir vorstellen, damals kostet die Wohnung 150, 200 Mark im Monat. Und im Osten waren die noch billiger, 60 Mark im Monat. Ja, kannst du nicht mehr in so einer Plattenbau sein. Ich zahl für eine Einzimmerwohnung in Schöneberg 480 Euro. Guck mal, das sind jetzt schon 500. Das ist krass. Und er hatte noch Glück in Schöneberg. Normalerweise sind das hier die Preisen. 480, 500 Euro für ein Zimmer. Für ein Zimmer halt, ne. Und so. Und als Vergleich jetzt. Was kostet das jetzt hier alles? Unnormal. Was wollt ihr alle in Berlin? Raus hier. Er ist ein Baum. Nein, Quatsch. Richtig. Richtig asiert. Komm, lass uns abhauen. Lass es abhauen. Ich muss auch sagen. Grüße. Lass den Balkon. Ich glaub, der ist nicht so. Die Sonne. Der hat einfach drauf. Richtig rein, ne. Die Sonne, wo dreht sich rein mittlerweile. Der Sommer ist in Berlin, ja. Der Typ vibet, Alter. Vibes! Haha, er dreht sich um, Alter. Ja, heftig. Der hat ja keinen Bock. Ich kann dir mal so eine Gegend in München zeigen. Der Kollege, wo wir im Olympia laufen, in München, schau ich jetzt ausführlich besser. Okay. Packt ihr sowas auch, sagst du? Ja, geht's super rein in Deutschland. Gibt's auch in Nürnberg. Aber Berlin ist halt anders. So, es war es. Berlin ist halt, ähm. Das wollen die Leute sehen. Ja, die haben nur so viele Dinger. Voll viele davon. Guck mal hier. Das wollen die Leute sehen. Wie findest du das hier drin? Ist auch noch relativ sauber, ne? Wände so ein bisschen. Ich find's nicht schön, Bro. Aber ich hab noch eins noch. So, ich find das alles cool, ja. Dein Nürnberg ist doch nicht so sauber, ne? Aber ich meine, guck mal. Die Flure sind relativ sauber, Digga. Ich seh nichts auf dem Boden. Keine abgefuckte Wände oder so. Alles gut. Das Heftige ist. Die ganzen Leute erhalten hier alles. Aber wirklich. Sehr gut. Sehr gut. Die meinen Videos anschauen, die denken, krass. die Deutschen. Fachstühle sind auch neu, ne? Dauert dann wirklich, ja. Laufen kann man nicht. Ne, ich glaub, hier gibt's keine Treppen, Alter. Heftig, Alter. Hier gibt's keine... Alter, Freunde, hier gibt's keine Treppenhaus. Hier gibt's kein Treppenhaus. What the fuck? Krass, Digga. Hätt ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin immer froh, wenn ich dann irgendwo unten auf dem Boden bin. Immer. Ich mag das so rum. Also ich mag ehrlich, ich bin am ersten Stock, aber ich feier jetzt wirklich so gesagt mehr, den ganzen oben zu wohnen. Also das ist für mich, also für mich wär das so geil. 12. Stock, äh, mit Kindern ist das immer gefährlich und so. Ja, das ist eh. Bei Kindern hast du immer Angst. Aber jetzt so einfach rauszuschauen, aufzubachen mit der Sonne. Ne, ist geil, klar. Bei ihnen zu sehen, die Wichtigkeit. Ich würde eher lieber in den Erdgeschoss rum rum, beim ersten, so wie du. Erst? Ja, aber... Finde ich nicht cool, so ist mir zu nah an der Straße. Ich geb dir einen Tipp. Deine Kamera ist jetzt hochkant. Leider. Das muss hier sein. Du filmst keine Hochkant. Echt? Ja. Aber du kannst dich ja noch verändern danach. Ne, geht nicht. Wenn du eine Hochkantschule filmst, das leider nicht. Jetzt, oder was? Jetzt musst du genau. Jetzt mal ein bisschen, es ist alles so gut. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, Hammer, Freunde. Wir sind jetzt auch schon wieder unten. Wenn du einmal Hochkant gemacht hast, musst du es skalieren. Dann ist es schwierig. Aber du kannst ja nochmal... Funktioniert gar nichts mehr jetzt wieder, ne? Ja. Boah, ich bin echt froh. Boah, Alter, was für ein Hochhaus, Freunde. Was für das. Heftig. Gropius Haus steht drauf. Wäre auch interessant, da mal ein bisschen was zu sehen. Aber mach da nichts. Du kannst ja immer wiederholen. Sehr, 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 sehr nass. Einfach viele Leute hier leben hier schon echt krass. Du hast ja mindestens schon einen Cut dort gemacht, oder? Ja, klar. Ja, dann hast du was. Dann hast du was. Alles easy. Freunde, auf geht zum nächsten Ding. Ich würde sagen, wir bewegen uns das ein bisschen so in die Richtung. Lipsch ist alle. Ja, lass uns am besten da rüber und dann durch diese Hoch... Weil ich sehr schön fand, wo wir hier angekommen sind. Hochblöcke. Ja. Hat man gleich diese Hochhäuser gesehen. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Die schaut richtig, richtig nice aus, ja. Mit der Sonne und Sonne. Boah, sehr schön. Das ist Lippe, Alter. Lippe, Lippe. Lippe ist alle. Wir sind hier an der Lippe. Wir sind hier an der Lippe. Hier, Neukölln. Bruder. Ich fand's geil, einfach mal reinzugehen. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Das ist fresh, ne? War immer Glück gehabt. Das finde ich auch immer heftig. Ja, auf jeden. Überall, also Berlin. West ist immer. West-Berlin immer härter BSC, Liga. Hier, härter BSC. Heftig. Mit Comeback. Ich bin super happy, dass wir mit den Kollegen am Start sind. Ihr seht hier, ganz normal die Leute leben, machen ihr Ding. Leben in den Bauten. Und ja, deswegen geht es einfach weiter. Auch in der sozial schwächeren Schicht würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber schau mal, das meine ich halt. Was ich halt cool finde, in Deutschland, dass halt jeder im Endeffekt, weil ich dir gesagt habe, in Mexiko, kannst du in so eine Gegend reinnehmen. Weißt du? Ja, ja. In Deutschland ist halt, es ist nichts gefährliches so halt. Weißt du? Schau mal, du siehst so ein Auto hier. Also es ist ja keine Hutze. Das ist heftig, ne? Ja. In Mexiko wird es jetzt halt noch 5 Minuten da. Nach 2 Minuten wird es schon geklaut werden. Weißt du? Ja. Das ist halt die Sache, sag ich mal, wir leben in Deutschland. Weißt du? Und das ist cool, du kannst immer da reingehen. Und ja, das macht es halt schön. Finde ich jetzt schon mal. Keine schaut mich hier dumm an. Es sind schöne Autos, alles. Weil ich will es auch mal meinen mexikanischen Leuten zeigen. Einfach so, wie liegt man in Deutschland. Ja. Allein welche ist da niemals reingegangen, ne? Hochraussiedlung, weißt du? Hochraussiedlung. Sehr, sehr geil. Ja, geil, Mann. Ja, pass auf, das nächste Ding wäre hier jetzt über die Straße. Du siehst, dass hier mit den Häusern hier kein Ende hat. Dass es hier eine Menge gibt. Und guck mal hier, gibt es eine eigene Anlage, Fußballplätze. Ich nehme mal ganz kurz mein Intro. Ja, alles klar. Okay, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Ja, Freunde, ich meine, guck dich das an. Auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Ein bisschen, eigentlich genauso hoch, wa? Genauso hoch wie auf der anderen Seite. Wo wir gerade waren. Aber, ja, super entspannt, bro. Super entspannt. Die Leute sind super nett. Man kann nicht mit den Leuten reden, sowas, ich meine. Ja. Super, super entspannt. Hey, I like your outfit, man. I like the dress. I really like it. Ja, man. Ja, Lipschitz Allee, 43, 49. Und hier ist der Vibe, Freunde. Ja. Der Comeback dreht hier seine Runden. Zieht er komplett durch, Alter. Ja. Ja. So. Wir gehen jetzt hier in den Kiez. Lippe, Alter. Lipschitz Allee. Feuerwehrzufall, wie wir sehen können. Ja. Hier werden nochmal die Leute gewarnt, dass man hier nicht stoppen kann, äh, vor der Einfahrtausfahrt. Und, äh, ja, was soll ich sagen, wir gehen jetzt einfach rein. Gucken uns an, was hier so abgeht. Boah. Ist ja richtig krass, so mit dem Durchgang unten. Und dann so riesen Hochhausgebäude, so. Hohe Gebäude. Hm. Es ist ein warmer Tag. Daher müsst ihr immer darauf achten, dass ihr schön Trinken mitnimmt. Ja. Immer schön dihydrat bleiben. Hydrate. Guck dir das an. Da gehen wir jetzt durch. Heftig. Was hier abgeht, Digga. Comeback kommt jetzt auch am Beiden. Guck dir das einfach an, Digga. Mach einfach durch so. Haha. Heftig, Digga. Schaut euch mal bitte die Balkone an. Nacheinander, wie die so gebaut worden sind. Ich war ja schon im Winter hier. Boah, wie richtige Blöcke, Digga. Schau dir das an, Mann. Was? Die Architektur. Hahaha. Der ist krank, oder? Alter, 60er, 70er Jahre. Hahaha. Alter. Relativ frisch noch. Ach. Also sieht noch alles gut in Top-Schuss aus. Sieht alles doch in Schuss aus, Mann. Was? Schmeißen das mal weg. Normalerweise schmeiß ich keinen Pfand weg. Aber ich habe einfach keinen Platz in meinem Rucksack. Ja. Ich mache das mal so. Vielleicht holt sich das jemand. Und ja. Bro. Heftig. Die Mülltonnen sind auch auf ihrer Ordnung. Ja, alles ist. Du siehst, alles hat hier Ordnung. Selbst siehst du, im tiefsten Ruder Neukölln. Man sagt ja immer Neukölln, Neukölln. Aber hier haben zum Beispiel auch alles seine Ordnung. Siehst du das? Ja, ich glaube, mein Richtiges Neukölln, wo man es kennt, ist halt wirklich Hermannsplatz. Ja, so in die Richtung. Klar. Aber es ist nicht überall in Neukölln so, wie man das so kennt. Dreck auf der Straße zum Beispiel. Guck mal hier. Hier ist kein einziges Ding. Ganz ehrlich. Der schaut in gewissen Gegenden in Bayern auch vier... Schöne Mülltonnen, alles aufeinander. Guck mal hier. Alles schön. Hat alle seine Ordnung Mülltonnen abgeschlossen, aber kein Fremdmüll reinkommt. Deswegen zeig mir aber bitte wirklich Marzahn, ja. Marzahn safe. Marzahn machen wir demnächst auch. Marzahn würde mich sehr, sehr interessieren, ja. Lasst du mal durch den Tunnel, da gibt es ja noch mehr. Gucken, was da so los ist. Ja, Leute. Dann Richtung U-Bahn und dann würde ich sagen, was ist auch schon. Ja, heftig, Digga. Ich finde das super interessant, diese Gegenden. Und euch sowas zu zeigen vor allem. Guck mal, hier sind so richtig alte Steine, Digga. Alte Wände. Heftig. Das sind so richtig echte Wände hier, Bro. Keine durchlässigen. Im Winter, äh, im Sommer ist das richtig kühl hier, ne. In den Zimmern. Boah, guck mal. Alter, guck mal. Guck mal, wie das gebaut wurde, Digga. Ist richtig krank. Ne, ich finde auch die Lebensqualität ist halt richtig hoch. Alter, Freunde. Guck dich das an. Ähm. Schau mal. Du hast hier. Schön früh, kannst du mit deinem Haar ausführen. Digga. Ja. Ja, heftig. Man kann mit seinem Mund rausgehen. Diese Konstrukte hier, heftig, Digga. Was für eine Bauweise nach dem zweiten Weltkrieg. Ja. Ja. Ne, ist alles sauber. Alles sauber hier. Seht ihr? Heftig. Wunderschön, Digga. Wunderschön. Wunderschön. Merkst du, die Luft ist hier auch so ein bisschen mehr Natur halt, ne. Ist mehr Natur ein bisschen anders als jetzt, äh. Bei uns im Zentrum ist ja komplett in der Stadt so. Deswegen ist es mal schön, einfach mal zu sehen halt so. Ja. Hier ist es nicht so. Ja. Boah. Wunderschöne Ecken hier, Bro. Ja, hängt auch wieder. Geil, Mann. Guck mal hier. So richtiges Kopfsteinpflaster-Vives hier. Im Park so. Du chillst, guckst auf deine Wohnung oben rauf. Heftig. Ja. Ja, aber du kannst dich halt, schau mal, du hast jetzt hier frei. Du gehst halt hier raus und hast dich halt im Park so. Klar sind hier halt viele Leute. Schaut mal hier, die Bänke sind auch okay. Man kann sich hier hinsetzen. Nichts ist kaputt. Ein paar Journale. Ja, also. Spielplatz an der Ecke. Eigentlich super, super Gegend. Top-Lager eigentlich. Wie gesagt, die Preise von den Wohnungen sind aber leider nicht mehr so wie früher. Also, man zahlt wesentlich mehr. Ich würde sagen, das Doppelte wie früher. Für zum Beispiel ein Zimmer. Zwei, drei Zimmer weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Würde ich auch nicht wissen. Guckt euch das an. Dahin geht es ja noch weiter, bis wir in die U-Bahn kommen. Wunderschön, Alter. Krass, Mann. Ja, du bist halt ein bisschen abgeschiedener. Von Berlin Mitte. Ja, ist halt. Mit Gaststätten und so. Ja, ist halt Oldschool. Guck mal hier. Und das ist auch so mit dieser Gaststätte zum Beispiel. So stelle ich mir auch echt so Marzahn ein bisschen so vor. Du hast ja alles gleich hier. So ungefähr, ja. Schau mal, du hast Friseur hier. Berliner Kinder, Gaststätten. Aber Marzahn kannst du dir vorstellen, ist der Vibe nochmal doppelt dreifach so hart? Ja, ich will unbedingt hingehen. Weil da sind wirklich crazy Leute manchmal auch. Ja, ich will da echt hingehen. Ja. Ja. Ost-Berlin ist nun mal eine andere Nummer. Gaststätten. Gaststätten-Vibes. Da hinten an der Seite auch. Sehen wir hier gerade. Pavillon Gaststätten. Ja. Einfach hier so, Bro. Du lebst einfach hier so in dem Block. Hoho, wie der aussieht, Digga. Du lebst hier einfach so in dem Block. An der Ecke. Dein Zimmer ist so an der Ecke irgendwo hier so. Und dann hast du hier so eine Gaststätte, wo du rumeilen kannst. Oder dir dein Eis holt das. Es gibt doch wirklich Leute, Bro. Die waren noch nie raus hier. Es gibt wirklich Leute, die nicht mal von Bezirk zu Bezirk gefahren sind. Die immer noch hier waren. Das ist halt die Schöne. Du kannst halt deine... Das ist krass. Du kannst halt deine... Du hast hier alles über die Ecke. Deine Gegenden halt escapen, sozusagen. Ja. Wo du herkommst und dann kannst du dir halt eine neue Gegend anschauen. Das Ding ist schon geil halt, ne? Super geil. Das ist cool in Berlin so, weil du hast so viele Stadtteile. Ja. Sehr, sehr viele Bezirke. So, jeder Bezug ist halt irgendwie komplett anders und das finde ich halt schon... Was auch? Oh ja, stimmt. Du hast aber eine Klingel, ne? Voll idiot. Finde ich schon geil so. Du kannst halt escapen von Schöneberg und kannst jetzt hier... Kugestein, die unzufrieden sind. Dann zieh doch weg. Rudo in Neukölln. Typischer Rudose-Typ. Neues Ding halt so, ne? Sehr, sehr geil. Ja, und was soll ich sagen? Boah. Es gibt auch ein paar Kekse hier wo noch, weißt du? Die unzufrieden sind. So wie der Typ auf dem Fahrrad. Der würde mir jetzt echt die Kamera aus der Hand hauen, der Typ. Ja. Deine Gegend ist nicht mehr die, Alter. Dann zieh doch auch aus. Ja, gibt's überall so halt, ne? Ja, also Leute gibt's überall, klar. Ja, ob Einheimische oder irgendwelche dummen Kennecks, gibt's überall immer dasselbe. Guck mal hier, was gibt's noch so? Aber nicht alle Menschen sind ja gleich schlecht, oder? Es gibt immer solche und solche in jeder Sache. In jedem Ort, in jeder Religion, äh, Religion wollte ich sagen. Äh, ich bin nicht religiös. In jedem, äh... So wisst ihr euch meine, Nationalität und alles sowas. Drum und dran. Guck mal hier. Ein bisschen Graffiti. Der Vibe, Neukölln. Aber siehst du so gezielt. So gezielt. Die Leute, die hier wohnen, die übertreiben es halt nicht. Guck mal. Die machen dann so, so komische... Also, das sieht so nach gezielt aus, so. Dass man hier bloß nicht wohnt, wenn man hier wohnt, dass man hier bloß nicht auffällt. Nee, Graffiti ist geil, aber ich feiere halt Fußball, äh, Graffiti, so. Ja. Und ihr seht halt, hier ist halt wirklich härter zu erhalten. Guck mal hier. Hier wird ja keiner auffallen, der hier wohnt. Keiner will hier irgendwie was, äh, zerstören, oder... Irgendwie irgendwo was raufkritzen, so. Super entspannt, die Lage. Über eine solche Plattenbauten. Ja, krank. An der Esso-Tankstelle. Jetzt mehr so in die Richtung... Ja, da gibt's noch ein paar, da gibt's noch ein paar, Bro. Ich zeig dir noch mal ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Da gibt's noch ein paar Orte. Ähm... Wo sind wir gerade? Ja. 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 Es ist auch mal schön, sowas zu sehen. Ja. Das ist halt abgelegen, so. Ruhiger, ruhiger, live, live, da so ein bisschen, äh, Reinigendorf. Ja, sowas. Warst du auch in Reinigendorf? War Kutsche gestern? Da war ich gestern gewesen, ne? Ja, das ist auch cool. Hast du gesehen, so die ganzen ruhigen Ecken? Ja, es ist anders so. Gibt's schon. Da sind noch viele Rentner und so unterwegs gewesen. Also ich war jetzt halt... Ja, Reinigendorfs Rentner. Ja. Da hab ich früher auch gewohnt. Ich war im Café dort gewesen. Ja. Und da waren halt wirklich nur Rentner. Ja. Ich denke halt, äh, was geht ab halt, ne? Da ist halt ruhiger alles. Ja, es ist wirklich ruhiger halt. Aber es ist interessant, das mal zu sehen, ne? Selbst im Zentrum, da im Reinigendorf. Kutschumacherplatz. Ja, Kutschumacherplatz. Ja, Kutschumacherplatz gestern. Genau. Gut, ja. Und da war da... Also in Kirch, warum... Wann war ich dort? 14 Uhr? 15 Uhr? Oder nee, später sogar. 16 Uhr. Und da waren da wirklich nur Rentner irgendwie. Die Kaffee getrunken oder so. Ja. Also komplett andere, so wie... Ich weiß nicht, wenn du zur Mitte gehst oder irgendwo anders. Irgendwo anders. Ja, krass, Bro. Sonst hat's ja wirklich alles in Ordnung. Schaut mal. Die Gebäude da hinten noch. Hier wird's jetzt immer weniger. Sogar da hinten gibt's schon wieder Haussiedlungen. Ja, es ist ja so Haussiedlung. Das war halt das Schöne von dieser... Das ist krass, Alter. Hochhaussiedlung habt ihr ja gesehen. So müssen wir noch reingegangen. Guck mal hier, die Leute sperren hier Müll ab. Immer. Ja. Weil sonst Diebe oder... Wie gesagt, Leute kommen mit ihren Müll an. Sperrmüll oder so. Will die keiner haben. Weil die ganzen Wohngemeinschaften müssen dann dafür aufkommen. Keine Halt darauf Bock. Das war ja damals bei Berlin weit so. Nicht nur in Köln. Das war damals Berlin weit so. Irgendwelche Leute kamen von irgendwo her. So Polen zum Beispiel. Haben einfach den Müll hier abgelassen. Weil die es nicht entsorgen wollen. Weißt du? Ja. Haben einfach Sachen in Berlin rausgeworfen. Aber hier ist Sauber. Muss man sagen. Ja. Jetzt sind mittlerweile haben wir alles gecheckt. So weißt du? Es ist nicht wie... Was weiß ich? Da gibt es schon Schlattteile. Da ist es Schautzen. Auf jeden Fall. Schautzen wir auch so. Guck. Hier auf der anderen Seite gleich so Häuser. Siehst du das? Überkrankt. Das meine ich so. Siehst du das? Ja. Ist auch eine geile Gegend eigentlich sowas. Guck mal. Schöne teure Häuser. 1,5. Eine Million. Keine Ahnung was das kostet. Sowas ist halt immer sehr sehr teuer. So eine Haussiedlung. Da wollen wir jetzt nicht vorbei. Wir gehen vielleicht nochmal hier. Zur DGWO. Ins Hochhaus irgendwo an. In die Ecke. Und dann weiß ich was da so abgeht. Ja. So die Gegend halt. Drum und da rum. Der Hammer. Ja hier ist halt wirklich. Äh. Gebäude Wohnkomplexe ohne Ende sowas. Alles voll hier. Siehst du an den Ecken. Überall so ein. Gebäude alter wo mit tausend. Äh. Fünfhundert oder tausend Wohnungen dann. Das war damals hip alter. Ja. Ich muss dennoch sagen dass. Äh. Daher dass das hier so. Äh. Mit den Preisen gestiegen ist. Die Leute. Trotzdem herkommen. Und äh. Äh. Das ist sozusagen fast am Rande Berlin. Immer noch im West Berlin zwar. Aber. Äh. Die Leute haben manchmal keine andere Wahl. Wenn Leute schleunigst nach Berlin kommen. Oder hier rum. Genau. Dann sagen die immer. Ist egal wo. Scheiß doch. Dann fahre ich bitte mit der U-Bahn. U7. Und mach 20 Minuten rein. In die Stadt. Aber hauptsächlich wohne ich in Berlin so. Hauptsache du bist dann in Berlin so. Das ist das Krasse der da ran so. Ja. Schwer irgendwo heute eine Wohnung zu bekommen. In Berlin ist wirklich sehr schwer. Also ich würde hier heute nicht mehr wohnen. Sag ich dir ehrlich. Ne. Ich wohne zwar am Anfang in der Kölns damals. Aber. Hab da zwar am Anfang gewohnt. So da wo die Luzi abgeht. Aber. Ich weiß nicht wo. Ich würde heute allgemein in der Köln nicht mehr wählen wollen. Ähm. Vor allem hier die Ecken ist viel zu weit weg. Ja. Du brauchst ein Auto auf jeden Fall. Die meisten haben ja hier ein Auto. Sieht ihr gerade hier. Ja. Gepaart hier vor dem. Vor den Mietwohnungen. Schon sehr weit aus. Du siehst hier ist auch alles ziemlich hart zugepaart. Ja. Also. Mietwohnungen hier. Und dann auch ohne Auto. Geht gar nicht. Alter. Und ja. So ist das. Aber hier ist schon weit so. Ist ja gleich auch zum. Der Flughafen ist ja auch gleich in die Ecke. Ja gut. Das ist so ein Vorteil so. Aber trotzdem so. Das ist so. Wie soll ich sagen. Ist mir. Wäre mir zu weit ohne Auto. So weißt du. Weil hier brauchst du wirklich ein Auto. Ja. Weil. O-Bahn und so bringt zwar auch was. Aber es dauert viel zu lange. Bis du hier raus kommst einfach. Ja. Ich finde sogar dass Steglitz und Zehlendorf damals genauso waren. Mhm. Aber jetzt mittlerweile viel besser alles ausgebaut worden ist. Bessere Linien und so. Ja du bist schon. Früher war es schwerer rauszukommen. Jetzt geht es schneller. Mit dabei. Ich meine wenn ich jetzt. Das ganze Vergleichspiel zum Beispiel mit. Wenn sich keiner in die Bahn wirft. Wo es keine U-Bahn gibt und gar nichts. Dann gibt es Verzögerungen. So man ist halt in 20 Minuten in der Innenstadt hier. Guck mal hier. Das geht eigentlich schon. Da müsstest du halt sowas machen wie in New York. Mit Express und Local Train. Das heißt ein Express Train. Der halt alle Stop-Stuff fährt. Oh ja noch ein Gebäudefreund. Dann bist du halt schneller da. Ja man. Auf jeden Fall. Ja schaut cool aus heute. Auch normale Häuser. Boah schau dich das an. Da steht Devego. De Gevo. De Gevo. De Gevo. Grüße gehen raus an die Wohngemeinschaft oder was auch immer du bist. Ihr seid. Äh. Ja wir waren aber schon auf einer der höchsten wieder. Wir waren da schon drauf. Ich guck rundherum was hier so. Guck mal du gehst hier her. Und dann siehst du aus der Ecke auch nochmal so. Und Gebäude die restauriert oder neu gebaut werden da hinten. Keine Ahnung. Ja saniert denke ich mal. Und dann gibt es hier so kleine Mietwohnen. Guck mal so ein kleines Gebäude. Das sind aber eher so schon neue Dinge glaube ich. Ich weiß nicht. So eher so kleinere Gemeinschaften oder. Ich weiß jetzt nicht ob das schon. Ob das zu den alten äh. Wohngemeinschaften dazugehört. Meinst du das sind neue Bauten Alter. Weil das sieht mir schon so zu neu aus. Ja vielleicht saniert und so. Ja. Was ist da immer diese diese Stahl. Diese Tafel. Diese Tafel. Diese komischen Steine da. Wie nennen wir die Kachelsteine. So richtig Kachelsteine. Und das sind so wo man siehst. Das ist wirklich old school so was. Kachelsteine. An der Wand so. An der Fassade und so ein Ding manchmal. Guck mal hier Großstadt Dschungel. Das ist Berlin vom Stil her so. So auch so ein bisschen wie New York. Aber halt nur fast. So weißt du. So ein bisschen hohe Gebäude. Keine Ahnung. Hier so ein bisschen Bäume. Central Park. Das ist krass halt. Weil immer die meisten Leute. zieht ja immer irgendwie nach New York. Und so. Halt wie gesagt. Ich war auch schon in der Bronx. Da ist es halt komplett anders. Ja. Es ist halt viel zivilisiert da in Deutschland. Alles. Ja sicher sicher. Hier gibt es halt Regeln. Und die Leute halten sich drauf dran. Weil die mal sagen. So. In den USA. In gewissen Gegenden. Da brauchst du halt nicht rein gehen. Nee. Da kannst du nicht rein gehen. Ich glaub nicht dass du. In spanisch Harlem. In solchen Gebäuden irgendwo spazieren kannst. Ja kannst du schon. Aber die Leute schauen nicht halt an. Ja. Da fällst du komplett auf. Wie gesagt. Der Comeback hat auf jeden Fall sehr recht. Weil. In Deutschland ist Frieden. Da ist kein Frieden. Du kannst. Schau mal. Du kannst in der Seite schöner. Du kannst hier in der Ende. In Deutschland. Ja. Egal wo du bist halt. Eben. Und keiner wird hier dem anmachen. Oder dem was passieren kann. Ja wir sind auch in Deutschland. Schau mal. Ich meine. In New York. Da ist halt. Kannst du in gewissen Gegend. Nicht so mit dem iPhone rumlaufen. Oder jetzt in Mexiko. Der würde halt was passieren. Aber hier ist alles gut zu halten. Weißt du. Ja man. Und so ist das auch. Ich bin jetzt hier kein Sohn. Die denken sich fast. Was filmt ihr hier. Und ja da hinten ist der Flughafen. Also es ist echt. Zwei Stationen vom Flughafen. Ja heftig. Boah. Schau dich das geworden an. Hohoho. Kambeck hat seinen Vlog jetzt hier zu Ende gemacht. Ich mache meinen Vlog gleich auch zu Ende an der U-Bahn. Und ich würde sagen jetzt. Ihr habt auch jetzt noch ein paar Ausschnitte aus der Luft gesehen. Die auch sehr sehr wichtig waren. Ich habe euch jetzt alles gezeigt was ich so zeigen konnte in dem Moment. Klar kann ich nicht überall sein. Aber Kurt Exner Haus. Das ist jetzt ein Jugendclub oder eine Schule. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht das auch sehr interessant aus. Guck mal hier. Auch hier nochmal ein ganz anderes Stil. Andere Gebäude. Was geht ab. Ach Seniorenresidenz steht hier gerade drauf. Alles klar. Verstehe ich. Guck mal hier. Ja. Überall diese Wohngebäude. Auch auf der Seite hier. Guck mal. Hälftig Digga. Guck dir das an. Da haben die auch ihre eigenen Einkaufszentren und alles. Alles drüber behandelt. Das meine ich ja. Du hast da gleich alles um die Ecke. Wutzke Allee. Bist du Wutzke Allee gelaufen? Eine scheiß Station war sehr lang. Eine Station war. Ja. Ja wie gesagt. Kann man einen Tappen hier noch machen oder? Können wir machen mit den Hochhäusern ne? Ja cool. Guck mal da aber wiederum. Richtig abgefuckt die Fassade schon. Siehst du das? Guck mal wie die Wände da aussehen. Wie die Gebäude aussehen. Richtig abgefuckt. Heftig Digga. Ja Bro. Ja geil. Geiles Wetter. Guck mal eine Runde drumherum und dann. Boah lass uns da noch mal kurz spazieren gehen kurz. Aber das Video läuft ja. Das Video läuft ja. Ich glaube das könnte auch. Hier so ein eigener Asiater haben sie auch noch hier. Und dann Autovermietung oder was? Asa.de. Fahrschule. Sorry. Hier ein kleiner Center. Auf der anderen Seite ist natürlich mehr Leben. Aber wir brauchen das hier. Ich zeig euch so dieses typische Plattenbautengebäude in Ruhl. Neukölln Vibes. Das ist der Reesh hier Digga. Hier müssen wir einen fetten Klammer machen. Guck dir das an wie gefällt es dir. Das Gebäude so noch rum geht nicht. Echt schön. Shit Bro. Was genau Bro? Alles gut? Wie läufts? Alles gut? Deine Hood ja? Selbe. Sieht gut aus. Die Leute sind noch ein bisschen auch scheu hier. Es ist nicht so wie Bälle Mitte oder sowas. Oder Anfang der Neukölln. Und ja. Schaut euch das an. Alter. Hunde jaulen. Bällen. Alter guck durch das Konstrukt hier wie sich das aussieht. Alter. Wie so eine Kommandozentrale. Und außenrum ist einfach nicht so. So hohe Gebäude so. Area 51 und dann ist außenrum nichts. Gutes Dummeln machen. Ja. Aber guck mal da nochmal. Wie abgefasst. Digga. Alter. Heftig Digga. Aber auch alles Kamera überwacht zum Beispiel. Sehe ich gerade. Guck mal bitte wie das aussieht. Hahaha Digga. Schaut mal wo ihr wohnt hier. Das ist heftig. Nichts gegen die Leute aber schon krass. Auch alles Kamera überwacht hier an den Ecken. Dann sehen wir auch. Hier merkt man dass das Gebäude hier zum Beispiel ein bisschen älter ist. Sieht man hier an der Fassade so ein bisschen. Guck mal hier Kamera überwacht. Dass hier absolut nichts passiert wahrscheinlich. Und guck mal hier. Alles abgezäunt hier. Auch hier zum Beispiel in den Hausfluren sind auch so Netze. Netze dass da keiner rausspielt wahrscheinlich. Ja krass Bro. Passiert mich auch als Berliner sogar. Ist ne geile Gegend. Am besten da. Wo ist es so hässlich aus. Also machen wir mal gleich ein Foto. Freunde das war's. Wir laufen jetzt einfach nochmal bis dahin. Und ja. Ich würde sagen 35 Minuten Video oder was. War es auch schon mit dem Video. 35 Minuten. Erstmal einen Daumen nach oben. Ja. Ja wie gesagt. Leute die leben hier. Gehen arbeiten. Wohnen hier in den Gebäuden. Alles ist friedlich. Die Leute waren sehr zuvorkommend. Der Typ im Fahrstuhl war cool vorhin. Dann äh. Leute sind trotzdem cool. So ein bisschen scheu. Aber sind trotzdem cool. Wenn du die was fragst antworten die. Und ja. Schau dich das an. Ein Plattenbauten Traum. In Rudow. Würdest du jetzt herziehen Digga. Wenn du jetzt ne Möglichkeit hast. 200 Euro. Ja mir würde das nicht so ausmachen sowas. 280 Euro. Also ich wohne jetzt halt in äh. Ich hab ne coole Wohnung so. Aber mir würde es jetzt auch nichts ausmachen. Das wird ein geiles Video Bro. Mit den Luftaufnahmen. Wo man die Gebäude aus der Luft sieht. Heftig Digga. Richtig geil. Luftaufnahmen. Ihr habt ja jetzt ein paar Sachen. Sie sehen jetzt auch ne. Weil ich zwischendurch mal mit der Drohne eingeblendet hab. Crazy. Crazy. Ey. Wie kommen wir jetzt da hin. The Groove alter. Was ist das für ne Groove. The Groove. Wir müssen da gleich mal ein Foto machen. Freunde. Ich bin drauf. Komm mal dahin. Geh jetzt noch weiter. Kein Ende alter. Ja. Ja ey Freunde. Wir können hier natürlich nicht alles in einem Video machen. Den Rahmen des Videos. Ich glaube wir haben viel gezeigt ne. Auf jeden Fall. Also der Rooftop auf jeden Fall. Das wird dich reingehauen. Heftig Digga. Wir müssen auch mal auf dem Rooftop anputzen haben. Platz da. Für die Touristen. Das muss ich dir auch mal zeigen. Ach da war ich mal oben. Beim Deutschen Bahngebäude. Echt? Aber da gibt es noch einen Trick. Das ist schon vor lange. Da kannst du auch mal hochklettern. Schon 10 Jahre her. Werde ich dir auch mal zeigen. Boah gib dir mal hier. Dann siehst du komplett. Boah. Was geht hier ab Digga. Einfach eine Mülltonne abgebrannt. Man muss auch sagen. Gut. Neukölln muss sich die Ehre machen. Alle Ehre oder? Irgendwo muss es ausflippen. Ey. Hier wirst du den Thumbnail machen. Mit den Gebäuden Digga. Weißt du was ich meine? Mit Gebäuden reinschneiden dann. Ja. Ha mein Haar Digga. Boah. Hahaha. Das ist wirklich schade. Hahaha Digga. Weil eigentlich war hier wirklich nichts schmutzig gewesen. Das war echt das erste Mal. Meinst du damit haben die reingeschissen hier? Ne. Ich will es die Gegend wirklich nicht schlecht machen. Weil es war echt sauber hier gewesen. Aber Bro. Damals war nur so Neukölln. Ja die Olle mit dem Mercedes. Heftig Digga. Ist halt irgendwie angefackelt. Krass. Weil dafür die Gegend war echt sehr sauber. Alter die Mülltonne wurde zersägt. Die Gegend war wirklich sehr sauber gewesen. Guck mal hier auch Digga. Da bringen ja die Kameras nichts. Hahahaha. Digga was hab ich mit der Kamera. Heftig. So ein Rollstuhl oder was. Das ist halt wirklich das einzigste. Sonst war es wirklich sauber und schön. Jetzt die Bausteine sieht auch scheiße aus. Aber ansonsten ist es wirklich cool. Hast du vollkommen recht. Ich gebe euch dir recht. Weißt du. Freunde. Das war's. Beim Video wo wir auf Neukölln gelaufen sind war es viel schmutziger gewesen. Weißt du. Was ist das jetzt für ein Typ? Warum ist der jetzt vermerkt worden? Verewigt worden? Was ist das für Mahmoud aus Beirut Alter? Ja. Grüße gehen raus. Ja heftig. Ich weiß zwar nicht was das alles bedeuten soll. Wer der Typ ist. Vielleicht wohnt er hier. Oder ein Denkmal vielleicht. Das hier Denkmal schätze ich mal so. Vielleicht Denkmal. Vielleicht bist du gestorben oder so. Sorry dafür. Die Sonne hat es läuft ausgebreitet. Freunde. Das war's mit dem Video. Wir sind durch. Das war's. Also sonst wäre es zu viel. Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Ganz kurz nochmal. Jetzt erstmal einen Daumen nach oben. Schaffen wir die 300 Likes. Ich glaube ich habe noch nie auf ein Scheiß Video 300 Likes gehabt. Noch nie? Noch nie. Was mein höchstes hat. Doch doch. Mein höchstes war glaube ich 20.000. Gringo Video waren 800.000 Likes. Du musst den Leuten gleich am Abend sagen ey lass einen Like da. Weil viele machen. Sag ich immer. Du musst auch ältere Leute die schauen sich das an. Aber die geben auch keinen Kommentar. Ja. Ich habe ein alteres Publikum auch. Ja bei mir auf dem Hauptkanal so. Bei mir ist eigentlich mal 1000 Likes Pflicht so. Dann rankt das auch besser weißt du. Freunde. Like nach oben. Also Daumen nach oben. Abonniert. Aktiviert die Glocke. Kommentiert was haltet ihr von dieser Reise. Ich würde sagen Dankeschön. Schaltet ein. Wenn ich euch zur nächsten Reise wieder mitnehme. Das war jetzt Berlin Rudow. Berlin Neukölln Rudow. Zwischen Rudow und Neukölln ist alles Neukölln. Es ist alles Neukölln da. Ja hat sich doch kurz einfach nur zu Rudow gewandelt. Ansonsten ja. Danke fürs zugucken. Danke dass ihr dabei wart. Ihr seid meine Augen und Ohren. Mit euch bin ich unterwegs. Und ja. Ich teile alles mit euch. Alles was ich mache. Teile ich gerne mit euch. Haut rein. Six all in the mix. Bis zum nächsten Video. Ja. Checkt auch natürlich die ganzen Verlinkungen ab. Unten in der Infobox. Kampinski. Instagram von mir. Zweitkanal von mir. Kanal von Kampinski. Und ja. Ich würde sagen. Wer hat das letzte Wort? Sie haben das letzte Wort. Alles klar. Sie hat keinen Bock. Peace out.